Der Traum, der Traum, ich war zum Essen eingeladen oder hatte eine Party gegeben mit Essen. Da waren jedenfalls viele Leute am Tisch zum Essen und dann hatte ich wohl irgendwie an der Tafel den Käse angefasst und dachte mir, sowas esse ich doch normalerweise mit der Gabel. Aber meine Finger, wie stinken die dann? Und dann war ich zum Waschen, habe meine Hände gewaschen unter fließendem Wasser und vor mir ein Brunnen, nein eine Wanne, eine Wanne voll Wasser. Wie nennt sich das? Ein Trog, Trog voll Wasser. Wo mir das Wasser schon wieder nicht so gefiel. Ein sehr fürstlicher Traum irgendwie oder Hippie Traum oder wie Hippies sein, Fürsten. So.